Hallo und herzlich willkommen zurück bei Returnal. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Die Celine leuchtet zwischen diesen beiden abgespaceden Dingern fröhlich, während sie noch ein großes Paket in ihrer Tasche hat und zwei Reparaturverstärker. Man könnte meinen, dass das jetzt eventuell laufen könnte, wenn man in die richtige Richtung läuft. Okay, da vorne haben wir jetzt mehrere Optionen. Wenn wir dieses hier passieren, könnten wir da sofort zum Endgegner huschen. Also nicht sofort, also fast sofort zum Endgegner huschen. Aber ich würde am liebsten... Das geht nicht. Nee, ich bin wieder so, wie sonst auch immer. Ich brauche meine Astronautenfigur. Du hörst jetzt mal auf mit der Scheiße. Was ist denn das? Sag mal. Ich bin wo? Also seit wir dieses Tor da geöffnet haben zum Endgegner, kommt da fast gar nichts mehr. Hier kommt aber meistens Gegner. Nein! Auch noch die! Nein! Was ist das? Nein, das ist Harz. Niemand will Harz. Mach das Brett zu! Oh, Mann. Oh, Mann. Wo geht's denn da hinten hin? Oh, hi. Äh, ja, ähm, hm. Wir nehmen erst mal den hier mit. Oh, wir haben so viel Obolid, das ist ja schrecklich. Oh, nein, wir haben den Reparaturversteiger noch. Oh, was ist denn da? Ich glaube, ihr spinnt. Oh, nein, was für ein Arsch. Toll. Jetzt haben wir noch den... Den Reparaturverstärker hat's echt verdoppelt. Sprengschale? Hm. Halt mal die hier. Bringt'n das bitte. So, ähm, ja. Hä? Wie wird denn der noch angezeigt? Hm. Es hätte so schön werden können, aber jetzt, äh, ach Gott. Ich könnte meinen, ich mach das mit Absicht, aber nein. Ich mach das echt nicht mit Absicht. Ja. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ach, wir haben so viel Obolid, wir könnten uns so viel kaufen. Äh, warte mal. Ne, wir müssen hier hoch. Scheiße. Ich würde gern da hoch. Ne, wo ist denn das? Hä? Hä? Oh, ne, hier unten ist das. Da. Ja. Okay, äh, okay. Äh, ja. Hier ist ein Fabrikator drin. Wir nehmen das. Oh. Oh, und das ganz kostenlos. Glaube ich. Hoffe ich. Hat das jetzt was gebracht? Irgendwie nicht, oder? So, dann haben wir hier, da haben wir, das sind Parasiten, machen wir das hier aus. Zumindest waren das das letzte Mal Parasiten. Oh. Mal hier. Altfeuer. Apex. Okay. Gut. Dann hätten wir das hier schon mal. Bin zwar immer noch kurz vorm Abnibbeln, aber... Hoch. Äh, nee. Gut. Eiei. Hä, was ist denn hier los? Und, was vergessen? Hä, wie soll man da hinkommen? Achso, von der anderen Seite. Ich habe eh keinen Schlüssel. Ähm. Ähm. Mein Junge, das ist hier gerade so gefällt. Was ist hier passiert? Gefällt mir das? Glaube nicht. Puh. Uuh, 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 uuh. Die sind so schnell, die sind so schnell, die sind so schnell. Oh. Ätsch. Komm doch her. Ja. Nein, da sind sogar vier davon. Oh, es kommt gar nicht bis hin. Das ist ja wunderbar. Also, einen haben wir noch übrig. Höh. Höh. Gut. Hilfe. Immer noch? Nie. Nee. Huh. Gott. ohh. Oh. 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 Okay, gut. Das hätten wir jetzt mal. Hm. Hä, wie kommt man denn da hin? Mal hochgehen hier. Oh, Verzeihung. Hä, wie komme ich denn da hin? Muss ich hier außen rum oder was? Ach, das ist das hier. Äh, nee, hoch ist gar nicht mal so gut. 498, wir haben eh zu viel Obolid. Oh, hier auch noch. Oh nein, wie schrecklich. Okay, ich will da hoch. Ich will wenigstens ein Erfolgserlebnis. Äh, nee. Das ist ja mal gerade gar nicht. Okay, wir müssen hier unten. Müssen wir gar nicht. Okay, wir gehen nochmal da hoch. Oh, das ist sogar eine gute Kiste. Nein. Oh Mann. Das ist doch alles Kacke. Oh, das ist schon wieder irgendwas Schnelles. Oh, da können wir rein. Oh. Oh, direkt die Wunderhöhle. Oh, voll geil. Oh, wieso ist hier kein Regulstruktor? Ähm, äh, äh, äh. Äh. Okay. Wir nehmen erstmal diesen Kameraden. Dann wäre es am besten, wenn wir das ja auch noch nehmen. Das ist ja so traurig. Ähm, hm. Okay, okay. Ich will mal ganz kurz hier. Habe ich anscheinend irgendwas vergessen? Ach nee, habe ich gar nicht. Das war das andere. Das mit der Fehlfunktion. Okay. Sollten wir jetzt vielleicht zum Endgegner gehen? Sollten wir das vielleicht nochmal probieren? Ach, ja. Ach, wir gehen ja gar nicht direkt zum Endgegner. Oh Gott, was für eine Scheiße. Ähm. Warte mal. Ist hier irgendwo der Rekonstruktor? Sehe ich das vielleicht hier schon auf der Karte? Gott. Ich kann hier wieder rauszoomen. Äh, nee. Man sieht nur die Hauptwege. Hm. Schrecklich. Wenn wir jetzt hier hochgehen. Dann müssen wir da hin, dann müssen wir da hin. Ähm. Dann gehen wir hier rüber. Hier lang. Äh, äh. Okay. Gut. Ähm. Ja. Ich würde fast meinen, wir benutzen mal den Nahtranslokator. Hier. Das Ding benutzen wir jetzt mal. Lass uns mal hierher transferieren. Und dann hoffen wir mal, dass wir da irgendwie gut ankommen. Wir gehen. Oh. Oh. Äh. Warte mal. Was ist denn jetzt los? Nein. Warte, ihr doof. Lasst mich, lasst mich. Oh Gott, wir müssen hier weg. Nein, die sind mir alle gefolgt. Auch noch. Schrecklich. Schrecklich ist es. Ach. Ach, Mini-Me. Das ist so anstrengend. Ja gut, das war klar. Äh, das war klar. Ja, klar war ich, 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 klar war ich. Was war das? Hä? Wie kommt man da hin? Wir hätten direkt da drüben hochgehen können, oder was? Was für eine Scheiße. Kacke. Oh. Hm, ich weiß nicht, wie wir da hinkommen, hätte ich gesagt. Das ist hier mir echt zu gefährlich irgendwie alles. Ei, ei. Äh. Nein. Oh, ich bin hängen geblieben. Nein, ich bin runtergeblieben. Scheiße. Ach, Mann, oh Mann. Nein. 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 Mist. Oh nein. Oh, scheiße. Oh. Ja, gut, jetzt sind wir aber hier, wo wir nicht hinwollten. Ey. Ich komme mir mit dem Schub heute überhaupt gar nicht mehr klar. Ich habe keinen einzigen Schlüssel mehr. Ich habe keinen einzigen Schlüssel mehr und da ist vermutlich voll cooles Zeug drin. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich habe hier. Ich bin hier. Oh. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, das sieht die, ne? Oh, was kann man hier bauen? Ah, nein, ich hab schon den Jubiläte. Nein. Ach ja, oh Gott. Ich hasse euch alle. Wirklich, ich hasse euch. Aber wir haben so einen Klumpen. Unbekanter Gegenstand. Fiole kennen wir doch schon. Schadenssauger Wandel bewirken Schaden in Unversehrtheit um Dauer bis zwei erlittene Treffer. Eieiei. Damit können wir es mal probieren. Das ist ja interessant. Das ist echt interessant. Ich glaube zwar nicht unbedingt, dass das was bringt, aber wir gucken einfach mal. Zwei erlittene Treffer. Die Musik ist schon wieder so komisch. 11-11. Durchschlag zielsuchender Ersucherschwan. Wir gucken jetzt einfach mal. Eieiei. Ich will bis sie schon rumlaufen. Bitte, 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 bitte. Die Musik ist schon wieder so komisch. Die Musik ist schon wieder so komisch. Wie muss man denn hier machen mit seinen Händen? Sie wenigstens bis zum zweiten kommen. Soll ich jetzt ja euch eingreifen oder was? Nee. Was ist denn hier los? Nein. Ich will mich heilen. Ich will mich heilen. Ich will mich heilen. Ich will mich heilen. Ach du Scheiße. Kommt jetzt etwa das, wovor ich schon Angst hatte? Äh, wo ist er? Ach, wir müssen erst da hin. Wie bescheuert ist das denn? Oh, nein! Gubbe! 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 Seedus! Hä, wo ist er? Ach, der ist jetzt woanders. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich vergessen zu drücken, es tut mir so leid. Oh no! Oh no! Oh no! Hatten wir das schon immer, dass der dann kam? Mist, die Kacki. Aber wir haben schon mal die Phase 2 gesehen. Äh, das wird entstrengend. Aber es macht irgendwie Spaß. Es macht echt mega Spaß. Hm, war hier hinten jetzt was? Ach ne. Wäre ja zu schön gewesen. Wir haben mal angefangen und da lag hier einfach was. Es war so wunderschön. Naja, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Heute war es ja, äh, recht spannend. Und, also der Nemesis macht echt Spaß, finde ich. Also, es ist irgendwie immer so was anderes. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, dass ihr morgen auch wieder mit einschaltet. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleib gesund und bis dann. Tschüss! Tschüss!